hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei der aufregen welt von astro neos wir sind gerade bei unsere ganzen materialien so ein kleines bisschen zu verarbeiten wenn das natürlich es geht nicht so weit weg was haben währenddessen könnte mir eigentlich schon mal hier bauen lassen warum nicht ja wobei ich möchte zu gucken ich bin zwar nicht gut da gerne zu selten nein zwar nicht zum verarbeiten titan auch nicht dann noch dass du hier einmal verarbeiten bitte ich mit und das auch gleich wunderbar vielen dank vielen dank vielen dank gut jetzt schon mal noch mal also möchte ich einen stoßfesten mega genialen truck aufbauen das ganze natürlich alles mit 3d druck denn warum nicht 3d druck was anderes was besseres gibt es gar nicht so er baut sich auf aber dankeschön soll ich gerade sagen irgendwas muss noch gemacht werden einsitzer drei sitze da ist der kran auf jeden fall ein lager auch noch aber da machen wir es erst mal auch wenn es komisch kommt natürlich komisch schauen ich hätte gerne einen einsitzer dafür brauche ich es dafür brauche ich wieder gemisch okay genau das von dem ich natürlich so viel habe gemisch da war was vielleicht auch noch was zu haben ein bisschen nach unten bohrt wunderbar im gemisch können wir mal einen kleinen einsitzer bauen so dankeschön das hink hat auch wesentlich mehr hier an ladezellen daran haben also alles richtig von ladezellen er stellt mir sogar richtig hin dafür danke auf jeden fall aber kran er kommt noch mal kurz her ich glaube da hinten vielleicht sogar noch mehr gemisch ja sei es ist neuer 21 ist neuer ein ein lager gibt es doch bräuter fiegelischt hab ich mich fertig und fertig und ab so schatz aus zum tief löcherborn kurz neben der basis wenn ich das kligste auch welt aber ich brauche das gemisch ich brauche das gemisch ich glaube da hinten klingt man sogar noch mehr gemisch hier haben wir denn wir haben genug haben wir können können dadurch verbindet auf jeden fall aufbauen ist eigentlich nicht machen aber aber das ganze so rüber operation wir brauchen das gemisch hoffentlich kommt kein sturm oder sonst was das jetzt ja sagen wir mal im klinik sagt kontraproduktiv ziemlich kontraproduktiv aber ich bin schon mal froh wir können ein lager bauen jetzt ist man schon mal für was das lager hinten gut war und mitnehmen das sollte uns mehr als ausreichend sein das gemisch wird hier kommen noch mehr noch mehr dankeschön dann sagen wir aluminium mal hier hinsetzen aluminium aluminium noch ein verbinder offen so kein verbinder mehr offen passt ok rucksack ist voll aber mir und du wärst mal hier rucksack ist voll rucksack dürfte gleich nicht mehr voll sein bin ich mal gespannt ob wir vielleicht den rover vielleicht ankoppeln könnten dass wir aus dem rover einfach nur eine Art immer noch das upside und einmal dass wir haben vosen okay das habe ich mir jetzt etwas besser vorgestellt so mehr kann man da gerade überhaupt gar nicht bauen Na gut, dann müssen wir halt damit leben So wie es ist, ist es normal Zack Dann holen wir unser Zeug von da hinten Wenn wir denn vorbeifahren könnten wäre natürlich noch eine Sache Das Fahren ist immer noch etwas Ja Gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so Oh je, oh je Na, besser Wir driften mehr als das, wir fahren, aber Na gut Was soll es, was soll es So, du, du und du aufnehmen Und der ganze Recht mal mitnehmen Können wir mal gucken, ob wir Lager aufbauen können Sonst irgendein was Irgendwas müssen wir ja machen können mit dem Zeug Aber Hallöchen Das ist eine ziemlich ergiebige Quell Möchte ich doch mal behaupten Ewig und drei Tage ergiebig Ähm, darf vielleicht noch ein bisschen was? Das ist wirklich sehr unendlich viel von dem Zeug Okay Ähm Da war es nicht die Kraterung, warum nicht? Aber das andere Zeug auch irgendwie rein verlagern So ein bisschen, äh, sage, hey Ja, das funktioniert sogar Oh, das ist schön Das ist natürlich ziemlich schön Ja, einmal Verbinder können wir bauen Einmal Titan hier oben hin Ja, doch Soll ich nicht nein dazu Seid definitiv nicht nein dazu Jetzt holen wir uns nochmal ein Stack raus Brauchen wir uns nochmal ein paar Verbinder Dankeschön Und du bauen sie danach einfach hin Okay, du mitkommen Mit dir fahren wir jetzt zurück in die Basis Liefen das Zeug ab Und schau mal Was wir so an sich bauen könnten So, einmal hier Und einmal Hm Jetzt auch möchte ich jetzt Nicht so ganz arg reinfallen Dankeschön Bewegen wir uns so rum Das heißt auch mal nicht nein dazu Einmal Ihr Fertig So, passt Okay, fast Fast Sitzt, passt Und hat Luft Zum Teil zumindest Okay Was haben wir hier Da haben wir jetzt alles gebaut Gerade haben wir jetzt noch nicht Aber das macht es auch gerade nichts Das macht jetzt gerade rein gar nichts So Batterie Generator Einsätze So, La Modul Ein Lager Ne, eine Windturbine Zwei Dominium Das sollte im Bereich des Möglichen sein Zwei Dominium herzubekommen Da haben wir ein bisschen was davon So So Bauen wir uns ein bisschen was auf So So Wenn wir hier bitte bauen Damit wir etwas haben Damit auch Nachtstrom reinkommt Insofern natürlich Und du kommst hier rüber hin Und generierst unseren Strom Schee Läuft Läuft doch alles Muss nur vis-a-vis Muss nur vis-a-vis Batterie haben wir schon generat Und noch nicht Okay Der Rest ist einfach nur Nice to have in dem Sinne Ähm Lithium Kommst mal hier Gemisch können wir es so lange Unten lagern mal Jipp Tagfrüchte haben wir noch So Das heißt Do 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 Er kommt jetzt mal hier Alle mit So Der Rohr gibt seine Sachen an ihn dann weiter Mit der Energieversorgung Das ist schon mal Gut Muss man behaupten Machen wir noch einmal Verbinder Bitte mitnehmen Dankeschön Du lieferst auch jetzt wieder Strom und alles Das ist schon mal gut Heißt wir können das Titan jetzt mal von Anfang hier lassen Na komm Medium können wir hier lassen Und sonst noch irgendwelche freien Plätze momentan Nicht so wirklich Nicht so wirklich Dann haben wir noch ein paar Mal gemischen Wir haben noch mal ein paar Mal Medium hier gerade rumliegen Ne komm schmerzen wollen wir eh nix Schmerzen wollen wir gerade eh nix Das heißt das können wir so lassen Und wir gehen runter Wir gehen runter und holen uns die nächsten Wobei moment Irgendwas kann ich doch gerade machen Warum Achso Makaien ist so vollgetragen Okay Das ist ja schon mal etwas Wenn wir da ist aber zumindest etwas So Wollen wir mal hier wieder einmal einsteigen Dankeschön Und das Ding ist abgebrochen So wie es ausschaut Jep Macht nix Macht überhaupt rein gar nix Wir gehen nach rechts rüber Da gibt es noch ein bisschen was zu tun Für uns so Ein bisschen was ist noch untertrieben So Du mein Freund Bleibst jetzt genau hier Hallo Nix mit reinfallen Du darfst einfach jetzt genau hier da oben stehen Wunderbar Vielen herzlichen Dank Ich bedanke mich Ich gehe nach unten Dann holen wir den Rover mal rauf Lassen wir dann sage Okay gut Dann tun wir halt hier unten Per Hand durch die Gegend fahren Aber wir müssen zumindest hier unten Ups Das wollen wir nicht Das wollen wir mal Die Lebenslinie bis ganz nach unten durchrassen lassen Wir können natürlich die Sachen auch dann wieder einfärchen Und mitnehmen Aber ganz ehrlich Bei dem Aufgebot am Material Was ich hier so rumliegen sehe Ich glaube das brauchen wir nicht Ja und unser Rover Der freut sich Dass wir wieder da sind So wie es ausschaut Der Der freut sich riesig du Na komm Wenn dich so arg freust Dann liebst du es doch bestimmt Erstmal rückwärts zu fahren Dankeschön Na So jetzt da Aufnahme Ich fahr nie wieder mit diesem Ding hier unten rein Garantiert nicht Okay Mal Na Na komm Operation Funktioniert Irgendwie zumindest Ein klitzigeres bisschen zumindest Alles klar Alles klar So Mal steigen Die Frage Die Frage ist Wenn ich das Ding jetzt hier Das kann ich gleich abbauen Machen Machen wir auf jeden Fall zusammen Energie transfer Der eine pumpt das andere auf Okay passt Das sage ich jetzt nicht nein dazu Das ist in Ordnung Das ist immer so Autsch Autsch Warum nur Warum nur Das heißt wir brauchen eigentlich mehr Technologien Irgendwie müssen wir weiterkommen in dem Spielchen Bis Technologie Und ein bisschen nach unten sliden Jeha Warum nicht Funktioniert doch Funktioniert doch Ups Ups Hallöchen Hallöchen Bin hier nur Autsch Am sliden Ich war doch nur am sliden Je Hund Die Erländigen Da kann ich mir so glücklich Auf mich eintäuschen Jawohl Weißt du noch bis ich mich euch mal annehme hier So wir hatten ja jede Menge Energie So dann haben wir das hier gehabt Das war Materialien Okay Dann hatten wir aber auch noch andere Sachen Das heißt Zack Hier hin Ich glaube da drüben ging es zu den anderen Sachen Je Definitiv so Definitiv so Du mein Freund bist ein reines Forschungsobjekt Das Objekt meiner Begierde Guck mal wir sind hier mit drei recht gut zustande gekommen Zack Wo wir noch ein drittes Objekt hier irgendwo finden können Und ich glaube ich habe es soeben entdeckt Dankeschön Plus ich habe noch etwas weiteres entdeckt So wie es ausschaut Was bitte denn Ach schon wieder so eins Okay Okay Die sind ja nicht mal so schlecht So Mitnehmen Vielleicht kann ich sogar mit vier Stück Handchen Das wäre natürlich auch eine feine Sache Zack Zack Dankeschön Da kann ich sagen Oh man muss doch hier eine Energiekette Möglich sein Da war nix Und da hinten war auch was Da habe ich etwas glorreich versenkt Wahrscheinlich unreparierbar Was ich hier gerade so produziere Was soll es was soll es was soll es So du kommst jetzt mal Du kommst nicht her oder Nein Vielleicht muss ich jetzt über den Haufen fahren Ja vielleicht noch im Bereich des Möglichen Habe ich kein Kart noch mal Keine Lebensspur mehr hier Treibstoff Nein Dankeschön Das ist das Das große Ende oder was Der Höhle mit nichts dahinter Hat auch keinen Sinn hier In der Gegend rum zu krabbeln So du kommst da alles mit hier Dankeschön Da guck mal lieber Ob wir da hinten noch was finden Ich meine die ganzen Sachen auszubuddeln Ist natürlich auch noch eine Aufgabe Eine ziemlich weitreichende Aufgabe Würde ich noch mal behaupten Sauerstoff Oh Hallöchen Mahit Kupfererz Oh ja Dankeschön Vielen herzlichen Dank Mahit Kupfer Mit Kupfer konnte ich auch so ein paar Sachen noch machen Wenn ich mich jetzt nicht ganz Komm Hallöchen Kommst du mit Du kommst mit Da ging sogar noch tiefe Runde Aber ich glaube das Sparen wir uns dann Wenn wir Ein bisschen mehr Energie Und ein bisschen mehr Sauerstoff haben Das machen wir jetzt lieber Dass wir hier das ganze Zeug herbekommen Ja Hallöchen So gut wie alles voll im Tank Na Hallöchen Na komm Das letzte bisschen muss noch weg Energie Das habe ich jetzt eigentlich nicht gebraucht So einiges aber nicht Ah dich brauche ich noch Dich brauche ich noch Ach komm schon Ha Mahit Ich habe mich noch gebraucht Ähm Energie Weg mit dir Die brauchen wir nicht Mahit Das brauchen wir Da haben wir auch noch ein bisschen was Das werden wir auf jeden Fall noch mal nach unten kommen Auf jeden Fall Egal wie oft man da unten ist Man kriegt immer wieder ein bisschen was neues mit Gerade die großen Bümpe Ich glaube bei denen liegt auch immer noch was drunter Und das nehmen wir wahrscheinlich irgendwie so sieht Oder irgendwie sowas drin habe Bin wir jetzt aber gerade gar nicht Woop Hallöchen So sicher Ja ich war mal wieder cool Und habe mir gedacht Hey Let's drift baby Ich muss gerade echt überlegen Ah da Moment Da ist das ganze Zeug Ah ok gut Dann sind wir hier schon gar nicht mal so verkehrt Ich muss mal gucken ob ich das ganze Zeug hier auch irgendwie Vielleicht auf den Truck drauf bringen könnte Das wäre natürlich Das wäre das Beste vom Bösten Aber ich glaube eher weniger Ich glaube eher weniger Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Kran dann Es herauszufinden ist es auf jeden Fall wert So Beziehungsweise Was nicht schon mal muss ich herausfinden Wie ich es Wie ich mit Anhängern arbeiten kann Oh je Ok Ihr seht schon Das wird eine ziemlich lange Sifilisarbeit werden Diese ganzen Objekte gleichzeitig herauszubekommen Und ich weiß nicht wie unterhaltsam ich das ganze betreiben Ich habe ich gesehen und zum Glück aber nicht gespürt Ich glaube sonst Wäre mir sonst noch was durchgebrannt Oh bollee Ja Kommst du ja So Und weiter ist jetzt sogar ein Knubbel unten dran als Modul Ich könnte mal jetzt Modul zu irgendwo hin bauen Soviel wie nichts gegen die Butterblume sagen, denn die Butterblume kann Karate. Ach, das sind Markierer, ich wollte gerade sagen, welche Alien guckt es denn da an mit seinem langen Hals. Deswegen so Punkt, 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 anstatt Punkt, Punkt, Komma Strich rund um das Mondgesicht. Jungs, 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 jetzt benehmt euch da mal hier, ich glaube ich spinne. Warum zum Henker fährst du? Warum? Warum? Ja, ich hab dich auch lieb. Mann, ich hab nicht gewusst, dass mein Gefährt hier so kuschelbedürftig ist. Ich glaube ich spinne. Okay, jetzt gucken wir mal, ob es den Rest auch noch drauf klatschen können. Das wäre doch gar wunderprächtige Natur. Gut, das ganze Zeug ist relativ nah am Ausgang. Heißt, das geht jetzt ziemlich schnell. Aber wie schnell das, seht ihr in der nächsten Aufnahme Runde? In dem Sinn hoffe ich habe halt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dahin, mach's gut und wie immer. Tschüssi. Oh nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Ganz schön gefährlich hier. Ich bin ja, das Ganze norm sprint gryg. Lieb. 金fr's sind quarantine. Koneck'. Otto Winter. Vater. 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 Vater.